Ich habe ja zugegeben, nicht viele Konstanten in meinem Leben, aber die Supplement Releases immer zum ersten Sonntag eines neuen Monats, das ist zumindest eine davon. Und die führen wir heute auch ganz brav fort. Also viel Spaß damit. Die Ausgabe wird auch wieder ein bisschen umfangreicher, wie ihr hier sehen könnt. Eine neue Firma ist zwar noch nicht dabei, aber seid euch vergewissert, ich arbeite dran. Fangen wir aber jetzt mit Bigzone an, die im September zuerst dem Shelter Pre-Workout Booster eine ordentliche Überarbeitung spendiert haben. Bigzone selbst, die heben bei diesem Makeover vor allem die Tatsache hervor, dass man versucht hat, noch stärker auf die Synergien einzelner Inhaltsstoffe zu achten. Besonders die Fokusformel, die ist dabei auch echt üppig bestückt und geht mit 250 mg synthetischem und nochmal knapp 150 mg langsamen Koffein auch wirklich an die Grenze von dem, was laut der Europäischen Lebensmittelbehörde noch erlaubt ist. Und mit 30 Portionen sind wir da auf jeden Fall nochmal 10 Portionen über dem, was man sonst bei diesen Produkten eigentlich gewohnt ist. Das zweite neue Produkt, das hört auf den Namen Infuse und ist quasi ein Intra-Workout ohne die Kohlenhydrate oder ein gepimptes EAA-Pulver, ganz wie ihr mögt. Es kommen also nicht nur isolierte Aminosäuren zum Einsatz, sondern unter anderem auch das im Einkauf sehr, sehr teure Casein-Hydrolysat, das ergänzend zu den Aminosäuren noch kurzkettige Proteine, sprich Peptide, zur Verfügung stellt. Die blasten die Verdauung also nicht mal ansatzweise so krass, wie es bei einem normalen Casein der Fall wäre. Und in Sachen Aufnahme soll dieses Hydrolysat den EAA sogar teilweise nochmal überlegen sein. Der Geschmack ist übrigens Blaubeere, was bei mir auch aktuell omnipräsent ist quasi, weil ich die erste Staffel von 7 vs. Wild schaue. Ich weiß, ich bin wieder absolut late to the party, aber das ist bei mir bei Serien eigentlich grundsätzlich so. Beim Bodybuilding Depot wurde jetzt das Professional Protein überarbeitet. Wer schon länger meine Videos schaut, der wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass das Professional Protein Nuts Cookies damals mein erstes Lieblingsproteinpulver überhaupt war. Und ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich schon ein bisschen traurig bin, dass es das jetzt quasi nicht mehr gibt. Aber der Nachfolger, der soll dafür in seiner Zusammensetzung ein deutliches Upgrade sein. Es handelt sich dabei ja um ein Mehrkomponenten-Protein, bei dem jetzt aber beispielsweise anstelle von ursprünglich Whey-Protein-Konzentrat das hochwertigere Isola zum Einsatz kommt. Dazu mache ich aber dann nochmal ein separates Video. Am besten dann auch direkt mitten im Vergleich zum Perfect-Protein von Body IP. Und wo wir gerade bei Body IP sind, was ein Zufall. Kommen wir doch direkt als nächstes zu deren EAA-Pulvern, die jetzt im September gelauncht wurden. Die Rezeptur dabei, die ist zum Glück unverändert geblieben. Allerdings bekommt man das Pulver jetzt halt zusätzlich auch noch in den Geschmacksrichtungen Cherry, Orange, Peach-Ice-Tee und Cola. Der zweite neue Release, das ist diese Box hier, die vielen sicherlich auch schon sehr bekannt vorkommen dürfte. Die Perfect-Whey-Box, die ersetzt nämlich jetzt die alte Classic-Whey-Box, beinhaltet aber nach wie vor 15 Einzelportionen von Perfect-Whey-Protein. Neu ist jetzt allerdings, dass die überarbeiteten Flavors drin sind und man so auch tatsächlich die Geschmacksrichtungen probiert, die man dann auch im Shop als Dose bestellen kann. Insofern hat das Produkt also wieder seine alte Daseinsberechtigung als Probierbox zurückbekommen. Ich kann auf jeden Fall jedem, der sich für das Perfect-Whey interessiert, wirklich nur empfehlen, sich vorher so eine Box zu kaufen. Erstens hat man dadurch dann 15 Tage lang quasi jeden Tag einen anderen Protein-Shake-Geschmack und alleine das ist schon ziemlich geil. Aber zweitens kauft man sich halt im Nachhinein dann auch nur die Flavors, die man auch wirklich richtig feiert. Bei mir ist das ja bekanntermaßen Mini-Milcheis, beziehungsweise früher hieß der ja Milfshake, Pun Definitely Intended. Aber den habe ich halt auch erst über die Box kennengelernt. Bei ESN, da bekam als allererstes der Boosty mit Kirsche einen neuen Geschmack. Dahinter verbirgt sich ja eine Art Geschmackspulver für Wasser, das aber halt über den Geschmack hinaus noch etwas Koffein und Theanin im 2 zu 1 Verhältnis mit sich bringt. Den Boosty deshalb als Booster-Ersatz zu bezeichnen, das ist dabei vielleicht etwas hochgegriffen, weil hier ja keinerlei Pump-Zutaten oder sowas zum Einsatz kommen. Aber so als Alternative im Alltag zu einem Energy-Drink oder Kaffee zum Beispiel, soll ja durchaus auch Menschen geben, die keinen Kaffee mögen, da punktet das Pulver dann mit Sicherheit dafür, vor allem mit seinem vergleichsweise günstigen Preis. Das zweite Produkt, das ist die Protein Dream Cream, jetzt neu im Coconut-Geschmack. Dabei handelt es sich um eine Brotaufstrich-Alternative zu Nutella, nur eben mit etwas mehr Eiweiß aus Molkenprotein und ohne Zucker und Palmöl. Sonderlich diättauglich sind wir damit aber trotzdem nicht. Diese Cream ist also immer noch eine ziemliche Kalorienbombe, bei der man zu Hause schon aufpassen muss, dass man nicht zu viel nimmt. Aber geschmacklich? Geschmacklich ist das Zeug halt genauso Bombe. Es lässt sich richtig gut verstreichen und schmeckt halt so süßlich nach Kokos, also ich finde sie wirklich übelst lecker. Und als drittes neues Produkt gab es dann auch noch eine neue Peanut Butter, die allerdings anders als die eh schon erhältliche Peanut Butter nicht mehr in einem normalen Behälter, sondern in so einer Art Ketchupflasche hier daherkommt, nur halt eben mit Erdnussbutter drin. Der große Vorteil dabei, das ist natürlich das erheblich vereinfachte Dosieren, das klappt damit tatsächlich richtig gut. Und erhältlich ist diese sogenannte Peanut Squeeze auch direkt in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen, die je nach Geschmack noch mehr Salz und oder Aroma und Süßstoff enthalten können. Kalorientechnisch unterscheidet sich hier aber kaum was im Vergleich zu normaler Erdnussbutter, weil ja die Hauptzutat nach wie vor die Erdnüsse sind. Bei unserem nächsten Hersteller, Gigas Nutrition, da sind gleich eine ganze Welle an neuen Flavordrops erschienen. Sie heißen Candy Splash und funktionieren eigentlich ganz ähnlich wie Geschmackspulver, nur eben hier in flüssiger Form, welche man dann eben mithilfe einer Pipette tröpfchenweise über sein Müsli, sein Quark oder sonst was drüber geben kann. Übrigens, kleiner Side-Fact an dieser Stelle, diese Flavordrops, die sind Teil eines Rebrandings. Früher hieß die Marke noch komplett Frankie's Bakery, das seht ihr deshalb auch hier noch im Namen, aber das wird jetzt Stück für Stück auf Frankie's Kitchen umgestellt und deswegen steht das auch hier schon entsprechend anders drauf geschrieben. Sowas wie diese Protein-Cream oder jetzt eben diese Flavordrops, die eignen sich übrigens immer extrem gut, um am Ende noch auf Versandkosten freizukommen. Für euch schon zuhauf getestet und auf jeden Fall für gut befunden. Selbiges gilt dann übrigens auch für die Zero Syrups von More Nutrition, jetzt auch neu mit Cherry, Tropical und Red Apple Geschmack. Das ist ein zuckerfreier Getränkesirup, der in solch kleinen Fläschchen daherkommt und dann quasi beliebig dosierbar in die Flasche oder ins Glas gegeben werden kann. Ich habe ja in letzter Zeit vor allem diese Geschmackspulver verwendet und fand da manche Flavors auch richtig gut, besonders dieser Radlergeschmack hier, von dem bin ich richtig angetan. Aber der Sirup, der natürlich auf den Liter heruntergerechnet mit ca. 54 Cent nach Rabatschkot Fitnessfood Corner, noch mal etwas teurer ausfällt als die Pulver, ist aber geschmacklich trotzdem noch mal eine deutliche Stufe natürlicher und weniger süßstofflastig. Das zweite More Produkt ist eine neue Gewürzmischung. Davon hatte More ja eh schon einige im Sortiment, allerdings kam da jetzt mit Kräutersalz eben noch eine Weite heraus. Zusammensetzen tut sich sowas übrigens in erster Linie aus Meersalz, aber auch aus Kräutern wie Petersilie oder Thymian, einigen Tomatenflocken und einer ganz kleinen Menge an Rapsöl. Bei Neosabs, unserer nächsten Firma, da gab es zuletzt vor allem Zuwachs beim Clear Isolate. Dieses Clear Whey, das hatte ich ja schon in einem separaten Video ausführlicher vorgestellt, allerdings gesellten sich zu den damaligen drei Geschmacksrichtungen jetzt noch vier weitere hinzu. Lemon Iced Tea, Peach Iced Tea, Green Apple und Mango Pineapple. Nährwerttechnisch sind die auch wieder mehr als erhaben mit 0 Gramm Fett, kaum Kohlenhydraten, aber dafür Eiweiß im absolut sicheren 80er Bereich. Ebenfalls einen neuen Geschmack gab es dann auch noch bei den True ERAs. Genauer gesagt kam jetzt noch ein neuer Watermelon Flavor hinzu. Die Rezeptur, die blieb dabei natürlich unberührt, weist also nach wie vor alle neuen essentiellen Aminosäuren auf. Das letzte neue Produkt, das ist wieder ein Booster, allerdings etwas anders, als ihr jetzt wahrscheinlich denkt. Der Woman's Pump wurde nämlich speziell für die Frauen konzipiert, also ganz ähnlich wie das zuletzt auch beim Ladies Prix von Body IP der Fall war. Den Namen, den verdient sich das Produkt aber nicht nur mit einer etwas feministischeren Dose, wobei man da heutzutage eh besonders vorsichtig sein muss, sondern vielmehr mit seiner Zusammensetzung, die neben den Pump-Zutaten selbst auch noch typische Mangelstoffe einer Frau, wie zum Beispiel Eisen oder Folsäure enthält. Das ist vor allem in der Hinsicht sinnvoll, weil sich eine unzureichende Menge an Elektrolyten im Körper negativ auf den Pump im Training auswirken kann. Deswegen sind ja beispielsweise auch im Craft von Evo Sports Fuel oder im Crank Pump Pro von ESN diese Elektrolyt-Matrizen enthalten. Neosabs hat gerade übrigens einen richtig guten End-of-Summer-Sale am Start. Da gibt es so schon bis zu 40% Rabatt und das, das kann man dann nochmal mit dem Code FELIX10 kombinieren. Dann kommen nochmal weitere 10% on top um drauf. Wenn ihr also mal schon länger bei Neosabs einkaufen wolltet, es bisher aber noch nicht getan habt, dann wäre heute ein günstiger Zeitpunkt dafür. Das neue Produkt von Proteinworks, das ist mal wieder was richtig Außergewöhnliches. Vielleicht seid ihr ja schon so krass drauf und könnt nur anhand dieses Anblicks hier darauf schließen, was sich genau dahinter verbirgt. Es handelt sich nämlich um fertige Mahlzeiten, bei denen man eigentlich nur noch heißes Wasser hinzufügen und sie dann für 5 Minuten einfach stehen lassen muss. Die für mich wirklich maximal kryptischen Begriffe auf der Verpackung, das sind also quasi die Geschmacksrichtungen bzw. Gewürzmischungen davon. Weh an alle, die sich das schon vorher erschließen konnten. Die zugrunde liegende Basis, die besteht in erster Linie aus Reis, aus Soja-Crispies, Couscous und Leinsamen. Man legt ja also ähnlich wie schon bei der Superfood Breakfast Bowl wieder großen Wert darauf, dass man gesunde Zutaten einsetzt, die von Natur aus schon viele Nährstoffe mit sich bringen. Wobei man hier tatsächlich auch noch weitere Nährstoffe, die nicht natürlich im Essen enthalten sind, nochmal separat ergänzt hat. Das Ergebnis daraus ist dann auf jeden Fall so eine Bowl wie diese hier, bei der geschmacklich gesehen auch ziemlich viel auf einen einprasselt bei der Banging Burrito Bowl beispielsweise. Da merkt man wirklich sofort, dass es sich um ein mexikanisches Essen handeln soll. Es schmeckt also sehr würzig. Diese typisch mexikanischen Bohnen sorgen für diese etwas sämigere Konsistenz und eine gewisse Schärfe ist auch dabei. Also ich war wirklich sehr positiv überrascht, dass es eben nicht wie so eine typische 5-Minuten-Terrene schmeckt, sondern viel ausgefallener und eben mit bedeutend mehr Nährstoffen. Und im Gegensatz zur Superfood Breakfast Bowl ist das Ganze dieses Mal auch komplett vegan umgesetzt worden und kommt dabei trotzdem noch auf verhältnismäßig ordentliche Mengen an Eiweiß. Großen Respekt an Proteinworks an dieser Stelle. Das ist schon sehr kreativ, was die aktuell abliefern. Etwas klassischer geht es dann aber wieder bei Rocker Nutrition zu. Da hat man nämlich dem No Way Clear, also dem hauseigenen Saftprotein mit Lemon Slush, einen neuen Geschmack verpasst. Kritisch bleibe ich allerdings immer noch gegenüber dem sehr hohen Preis bei einem gleichzeitig recht überschaubaren Eiweißgehalt. Dass da wirklich deutlich mehr herauszuholen ist, das zeigte ja nicht zuletzt Peak mit ihrem Fruity Vegan Protein. Bei Sinop, da wurde das Sortiment im September unter anderem mit diesen drei Produkten hier ergänzt. Die kommen aber nicht klassisch in Kapsel- oder Pulverform daher, sondern eben flüssig. Dosiert wird also wieder tröpfchenweise mithilfe einer Pipette. Kleiner Tipp am Rande, achtet bei euren K2-Produkten immer darauf, dass eine MK7-Alt-Trans-Version zum Einsatz kommt. Die bietet nämlich die mit Abstand beste Bio-Verfügbarkeit. Des Weiteren gibt es bei Sinop jetzt auch ein neues Cluster-Dextrin-Pulver. Cluster-Dextrin, das ist dabei übrigens eine besonders leicht bekömmliche Energiequelle, die vor allem vor oder während des Trainings eben für mehr Energie eingesetzt werden kann. Die besondere Struktur dieses Rohstoffs sorgt dann, anders als klassisches Maltodextrin zum Beispiel, dass euer Blutzucker ausnahmsweise mal keine Achterbahn fährt und die Energie nur langsam freigegeben wird. Bei Sportnahrung Engel, da kam im vergangenen Monat ein neuer Geschmack für das Finest Way heraus. Und wenn ihr jetzt gleich hören werdet, um welchen Geschmack es sich handelt, dann werdet ihr sofort wissen, warum ich den unbedingt ausprobieren musste. Der Geschmack heißt nämlich Cinnamon Cereal Flavor und ist damit wieder an den Cine Minis angelehnt, die mich ja damals als Kind jeden Morgen mit den wichtigsten Nährstoffen für einen erfolgreichen Tag in der Schule versorgt haben. Oder so ähnlich. Das Finest Way, das setzt das Ganze auch wirklich sehr gut um. Es schmeckt ziemlich süß und erinnert tatsächlich stark an Cine Minis. So ganz krass am Original wie beim ESN Designer Way ist man hier zwar nicht meiner Meinung nach, es sind hier auch beispielsweise keine Stückchen oder sowas enthalten. Allerdings bietet das Finest Way ja durchaus auch noch andere Argumente als nur den guten Geschmack, wie die Verdauungsenzyme, die Tatsache, dass das Way von grasgefütterten Kühen stammt oder auch die hier wieder über 80 Gramm Eiweiß. Zuletzt hatte dann auch noch Vajo ein neues Produkt veröffentlicht. Das hört auf den Namen Calm und ist damit logischerweise eines dieser Produkte, das man gegen den Stress im Alltag und Training einnehmen soll. Die Produktidee dahinter, die ist jetzt natürlich nicht neu, wurde meines Wissens nach damals von Gannicus so richtig groß gemacht, kommt aber hier dafür mit einer außergewöhnlich umfangreichen Zutatenliste daher. Vajo gibt sich ja bei diesem Bereich meistens eh keine Blöße, gehört aber deswegen auch wirklich zu den absoluten Premium Brands auf dem Supplementmarkt. Mit dem Vajo Calm sind wir dann aber auch durch für heute. Persönlich fand ich die Ausgabe extrem abwechslungsreich und da würde mich auch interessieren, ob ihr euch für diese ausgefallenen Produkte, wie jetzt beispielsweise diese Savory Meals von Proteinworks, ob ihr euch dafür begeistern könnt oder ob ihr da lieber ganz klassisch unterwegs seid. Mir gefällt es tatsächlich richtig gut, dass da mittlerweile so vielfältig gearbeitet wird. Der Trend kann also meiner Meinung nach ruhig sofort geführt werden. Der Trend kann also meiner Meinung nach nach ruhig sofort geführt werden.